Du kommst da aus Polen? Ja, meine Älter kommen aus Polen. Hat ihr alles mal zu Deutschland gehört? Da ist man mal in Ostdeutschland, oder Alter? Da kriegt man es auch zu spülen, dass man in Leipzig ist, Alter. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Das ist schon echt lang her, ja. Kurze Frage, war Polen noch Polen damals, oder? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir wurden verkuppelt, ja. Von wem, Alter? Von Rudolf Hess, Alter? Nein, gib mal bitte riesengroßen Applaus-Tippe für die beiden. Das finde ich cool, weißt du, ich mag diese kleinen Sparrings hier. Auch wenn ich der Meinung bin, das war schon grenzwertig.